hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video tinten review beziehungsweise zu einer neuen tinten reihe und zwar ihr wisst es ja alle die mein hat einen inkvent kalender herausgebracht mit 25 schönen tinten vor allem speziellen tinten denn diese wurden nur für diesen einen kalender jetzt hergestellt und wie die jetzt alle aussehen zeige ich euch jetzt vom 1. dezember an also von heute aus bis zum 25 dezember und wie dann die tinten aussehen werdet ihr dann sehen viel gequatsche wird es nicht geben ist nur ein bisschen für euch zum zeigen wie das ganze aussieht okay freunde also dann viel spaß dabei so 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 so